Musik Wir sind dieses Jahr sehr zufrieden, vor allem mit dem ersten Messetag. Heute ist der zweite Messetag. Wir hatten gestern deutlich mehr Besucherandrang am Stand als in den letzten Jahren. Wir haben insbesondere gestern mit unseren drei Units, mit denen wir hier vertreten sind, zahlreiche Kunden, bestehende und zukünftige, begrüßen können. Die erste Unit, mit der wir hier sind, ist in Deutschland. Wir haben gestern quasi ein Speed-Date mit ihren Kunden gehabt. Da ging quasi einen halben Stuttentakt, kamen wir einen Kunde nach dem anderen, wo wir unsere Offline, unsere Online und vor allem unsere mobilen Reichweiten sehr gut basiert haben. Am heutigen Tag hat die Business Unit Campaign als Teil der BVDB-geführten Kundenführung hier zum Thema Marketing Automation einen guten Vortrag gehabt. Und Last Bad und Dies haben die Kollegen von der AZ, Oliver Reinke und der Marco Persch, einen ganz tollen Vortrag gehabt zum Thema CRM-Onboarding, wie wir quasi unseren Kunden helfen können, ihre Kunden wieder zu aktivieren bzw. über die digitalen Kanäle auch zu reaktivieren.